Das ist ein Quelling Blade. Du hast ja am Anfang diese Axt für die mehr Schaden im Gryph. Mehr eigene Wege zu bannen. Erbanen. Das war cool mit Medusa, die dann bei den Mega-Gryphs war. Obwohl. Wenn das Wetter heute nicht so kacke wär, ja? Boah. Endlich. Ich war der Rätsel. Das wird immer besser. Eraser. Ich glaube, ich werde den nicht nehmen. Der Axt ist scheiße. Mach die Händerausforderung. Muss ich aber aufmachen. Das bringt mich eigentlich nicht. Nichts. Wow. Ich will das mal weniger Geld haben, ja? Ja, ich weiß. Chang'e und Jascha. Das ist nur so, Jascha weiß. Wir haben angefangen. Alle anderen drücken auch random. Mann, aber der ist so kacke. Der im Tichys. Ist doch nicht schlimm. Ich glaube, wir kommen mit dem Gämmen, hm? Ja, für die Bomben? Ja. Oh, stimmt. Wenn die... Ne, bringt mir eh nichts. Weil ich kann die nicht disarmen, weil ich Nahkampf bin. Wir sollen in Mitte gehen. Während der Bitten, immer wieder. Bäh, wäh, wäh! Bäh! Wir wollen das nicht. Nein! Ich will alles links! Jetzt immer. Doch, jetzt wieder. Wie Scheiße. Ich kann mir keine Sticks rufen. Ich kluze die Distanz. Ich kluze die Distanz. Oh, da tue ich mehr aus. Dann den Iron Branch. 50 x 9, 50... ... und dann 70. Hat er hier einen versorgen, da gibt hier... Ja, muss ich irgendwie laufen. Und nehme mir einfach meinen anderen Kopfhörer, den zwar auch kaputt, aber die habe ich für diesen so... ... mir gebaut mit Klebeband, das wäre nie wieder anders... ... sein sollten. Na, gehen wir runter. Ich glaube, ich muss zu dir. Wenn mein Stuhl kaputt geht, dann heu krumm. Ich mag schon wieder, wie locker das rechts wird. Das ist heute echt ein Scheiß-Tag. Heute sagen wir alle Hallo. Verstehe ich auch nicht warum. Irgendwelche fremden Leute. Hm, guten Tag. Vielleicht sieht es aus wie so ein... wie ein Unternehmer. Ja, und dann... ... so ein alter Typ. Ja, übelst alt mit Frau... ... Mitte 100, ja. Was? Winkt mir erst mal zu im Auto. Was? Ist egal, wo ich lang gehe. Oh, hallo. Auch zu anderen Leuten. Nicht direkt mich, aber mich eigentlich auch. Scheiße, ich fahr zurück. Komm so, übelst die alte Frau. Doch. Was? Was? Ja. Da haben mir alle auch, äh, ihren Tag gesagt, äh... ... wo ich's wieder da angefangen hab, oder so. Die kennen mich. Haben sie noch nie gemacht. Was ist denn was? Alter! Was ist denn was? Ja. 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 Ich will nicht, dass ich stark werde, glaub ich. Natürlich. Warum müssen wir nicht hin? Oha, Terchies. Und die Bombe sieht man ja gar nicht. Da muss ne Bombe. Da, wo er ist. Was? Was? Ja, rennt nur noch hin, Idiot. Ja, ich weiß. Oh, fuck. Brauch's nicht machen. Ich bin gut oilt. Ich bin nix stark. Ich bin Clockwork, Mann. Was denn da? Oh, Maratrank! Ja. Pfff. Hahahaha. Warum? Das hab ich auch nicht gesehen. Warum bin ich? Ah, hier! Ich dachte, ich gehe! Ich geh jetzt einfach nur noch auf die Creep wegen. Ich geh nie wieder woanders hin. Oh, das war echt gut. Hab ich echt nicht mitgerechnet. Ich habe den Kurier genommen. Hast du jetzt komplette Geld gehabt, der... Ich hätte zwei Iron Manches. Ich glaube, dann hätte ich, äh... Wäre ich nicht dahin gelangen. Wäre ich hier einfach voll wäre auch. Das macht dann nämlich alles hier. Ja genau, geh da lang! Irgendwann verfolgt dich, du Nocken. Ich bin extra in der Ecke. Oh, du hast ihn angegriffen. Hör dich! Sprung mal rein! Geht nicht! Ha! Sprung rein! Ah, komm, schieß doch mal mit dem Scheiß an. Oh! Du hast den Armkraft. Oh! Hm! Hm, du wirst das nur eine Illusion ist! Na, musst du ja nicht wissen! Das Techi ist wieder. Das ist schlecht. Wie sieht man, er ist frisst. Mit viel? Ja, hier, jetzt hier, einfach nur. Der verübelst verschwendet. Erstmal den Schuhrufen. Na, da gehe ich nicht lang. Ich weiß, dass es hier sicher ist. Ja, auch. Wenn ich einen Illusionsmann hätte, wäre das viel easier. Oh, das bin ich ja rechts drinnen. Wenn ich mal noch dran käme. Kann ich mir ein bisschen anspringen? Aua. Nur ein Wichser. Ah, der macht den Dude. Ah, das ist voll gewissermaßen, aber... Das ist ja heil. Ich bin da. Ich bin ein Robot. Wie lange ist der tot? Zwei Sekunden. Ey, die Brüche ist wieder. Äh, äh, hat ihn gemacht. Gut. Heute dürfen wir wieder verlieren. Falschweuer verlieren. Daher kann ich Kopfschmerzen haben. Ja, okay. Wieder die Lücke anhaben. Ein guter Veränderung. Er lükaniert noch. So kacke einfach nur. Noch reicht das nicht, ne, ne. Ja, ist nicht schlimm. Ne, mit der Verlangseimung mal nicht. Dann kann ich mir nochmal in 1 drücken, dann kommt die nie vom Flick. Wenn, weil es sonst noch nicht erinnert. Mal, 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 mal. Tja. Tja. was er holen würde es nicht schlecht erneut die waren teuer und wie sie seit wann ich die ab wie lange ja irgendwie schon seitdem ich in der tanke war auch wenn schon lange wir sind schon zwei jahre ein jahr wie sie auch nicht das ist schon wie ich ehemal nicht hier rechts reingehen da war nämlich davor hatte ich nicht vor ich bin jetzt einfach nur auf diesem Nestle im Wegen hat man ja auch nicht gehört ich kann nichts machen ich warte auf meinen Hook ich bin jetzt einfach nur auf dem Monat und das war ühlt schlecht ühlt der creep einfach nur und er hat einfach alles aktiviert. Ja, geh nur mal du zuerst lang. Okay, ich hab einen Schuh. Bitzschmach. Ich glaube dafür hast du jetzt... eher Medusa. Über 500 oder 600 Mana. Einfach so. Hast du die? Weißt du das? Ich weiß. Nein, er läuft lieber nicht in der... ... statt einfach mal den Spiel rauszumachen. Ah, okay. Nee, dass die anderen das auch sehen. Kannst du Wortkuchen, den auch entstehen? Wenn dir die Impfung immer sehen... ...wennst du den Observer-Wort oder den Richtigen... ...Wort... ...Wort? Also so ein... ...zumgucken. Nur zum Gucken. Dass die auch wirklich sehen, dass da was ist. Nicht, dass er es aufdecken muss. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Einen Creeper oder so. Oh, ich hab keinen... Platz frei! Warte. Scheiße. Das war echt geil. Ja, genau. Ich hab das. noch nicht. Du isst schon kurz? Das ist schon mal ein wenig? Du bist ja nicht drückt. nun doch nichts zu tun. Wenn du nicht bist... Drei Sekunden. Au. Sechs. Der Bunker zieht da. Scheiße, wenn man es sehen kann. Der Bunker zieht da. Irgendjemand hat es aktiviert. Du hast mich rausgeschoben. Halt. Damit bin ich in die Bombe gelaufen. Ach so. Das ist nicht schlimm. Der Bunker ist tot. Ja. Der braucht nicht stark werden, der braucht nur Mana. Alter, den muss er sich nur auf Mana kaufen. Ich finde das scheiße, wenn die Kopfhörer machen. Äh, das ist überhaupt da. Da ist grün. Ja, danach mache ich meinen anderen Kopfhörern. Pass auf, er kommt nach oben. Ja, ich höre dich nur links. Ist ja echt scheiße hier, ey. Soll ein Wichser wissen das? Fuck! Was für ein Teilhunter. Töte niemals Techies. Der macht ja gleich Suicide-Kacknacken. Das auch. Mitunter. Ah, die Kopfhörer, du Kacke. Blö, wieso? Warte, ich geh nicht. Nee, beim nächsten Tod erneigt das schnell. Ich krieg dir nur noch mehr durch Kopfschmerzen. No. Der will doch, dass er aufgeht. Ja. Das war ein Fehler. Oh, nicht. Ah, das ist nicht die Kacke. Hallo, Servant. Bitte. Ich habe dich zurückgemacht. Ja, dadurch hat mir der Turm nicht getroffen. In einem Moment. Tch. Jetzt muss ich noch diese hessischen Wii U-Dinger rein. Witzkacke. Was ist die Witz? Nein. Doch. Das ist so easy. Nee, der ist dumm. Ah, fuck, der ist er nicht mehr. Ich habe noch gekillt. Das reicht mir. Hat der einen Aegis gerade? Achso, der. Nee, nee, der ist nicht dumm. Ah, hm. Oh, da ist er noch. Ich hätte die einschließen sollen. Ja. 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 Ja, ich trau mich immer nicht bei den Mitteln. Oh. Na, war klar. Nein, das ist so wie ich lebe! Der wird erneutig! Geh in Ruhe! Der Ende der kleine Tower wurde verneidiert. Ja. Deine kleine Tower ist unter Angriff. Die sind zwar auch so, zeig mal, aber denen hab ich das so gemacht, dass ich einfach nur kurz dagegen drücken muss und dann funktionieren die immer. Tu ja, ja. mit reinsteckt wenn es nur von den Hörern er von nun von den Lautsprechern das ein Ding drinnen und dann mach ich die Kopfhörerin so übelst scheiße und das Kopfhörer scheiße aber ich sterbe glaube ich ihr wisst nicht Medusa ist so eine Nutte oh toll hmm so ist ja nicht nur bei Medimax gekauft oh ok die gibt's dann nicht mehr schon ewig nicht mehr alter fuck 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 du stirbst oh boah äh 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 Das hört sich an wie Mono Kopfhörer, einfach nur. Das ist übrigens schlecht, einfach. Der hat sich grad geportet. Ich höre das normalerweise auf dem linken Ohr, dann, wenn das links ist. Erstmal beide benutzen. Scheiße. Dann meine ich ja, übrigens Mono. Ja, 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 warte. Jetzt kann ich zu dir kommen. Du hast auch keine Juden mehr, ne. Du hast auch keine Juden mehr, ne. Ich, ne. Ich hab gar mal 1,9, diesen auch schon langsam abkacken. Wieso schon mit Kabelbruch oder wird? Ja, wenn ich mich so kacke bewege, ist es auf einem Hörer altkennen Sound. Also, so wie kacke für dich. Was? So eine Juden? Nein. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Außer die Wii U-Dinger, die sind eigentlich relativ gut. All die Dinger übert scheiße auf dem Kopf. Fuck. Alter, war das ein scheiß Sound. Das hört sich immer so kacke an. Jeder einzelne Sound im Spiel. So unglaublich kacke. Oh. 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 Das ist nicht. Oh, die Dinger. Okay, ich will das machen. Mit einem. Und Double Damage. Ich hab mich, glaub ich, getötet. Ich hab mich, glaub ich, getötet. Nee, du hast die beiden gekillt. Na, ich bin nicht staun. Ah, ich wollte die Battle-Note schnell töten, bevor sie mich battelt. Mach mal natt. Mach mal natt. Ah, so. Ich hol mir gleich Klebewand. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich bin... Ich bin... Der greift immer weiter Creeps an, sodass er noch Lebensraum kriegt. Ja. Oh. Hey. Wir wissen doch, was passiert, wenn man mit denen gewinnt. Würde ich auch gern wissen. Wahrscheinlich nur ein Prozent. Yeah. Ich habe ein Phantomsessen. Ich mag Phantomsessen. Das wird's gut. Ich mag Phantomsessen. Sexy. Boah. Lass mal oben. Medusa. Ja, ich will oben den Turm machen. Ja, lass mal oben gehen. Angst, dass er technisch seine Scheißdinger in die Licht hat. Nein, hat er nicht. Nein. An welchen Tod. Rot. Solange du immer auf deinem Weg bleibst, kann euch ja nicht passieren. Ah, stimmt. Das haben wir in einem Branch wieder einsammeln. Ah, das war deiner. Ah, ich habe aber Angst, ihn nicht zu verkaufen. Guck mal links rein. Warte. Was macht das jetzt? Nein. Ah! Das ist ja nicht passiert. Ah! Ich klicke auch mal welche runter. Ah! 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 Ah, das ist ein Ulti-Wesen. Wow Kommt, glaube ich, jetzt inner Ja, hier sehen Pink Der ist ein Pink Pink ist nicht gut Statt weiter anzugreifen Ich bin tot Ja, hab ich gerettet Lass mal eine Wölfe machen Ja, die wurde sie getroffen Fuck Winner Wait Geht näher ran Wäre schon, dass man die Treppen runtergucken kann, ne? Es kommt irgendwann niemand Oh, das Wärfliegen Mach ihn Der hat überall Bomben Der war's, Mann Jasmin 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 Boah Ich werde dich erben, nicht Die Fugingsfantech ist im Gegner-Team ist Wie gesagt, eigentlich nur ein Gem Mehr braucht man nicht Ich hab für alle die Hälte, aber nicht für ein Gem Gem, Gem, Gem Blau Also, weil er echte war Without me Die sind natürlich scheiße Komm einfach zurück Ja Der Typ Ancient Apparat Achso Das ist gut Das ist nicht Ah Fuck Wenn du ein bisschen mehr überlebst Nein Fuck Hast du ihn gemacht? Ja nur durch meinen Hook Ah der hat mich rettet Da war das schon die ganze Zeit Zentral Hm Der Creep Oh Mannertrank Das war die beste Aktion Da liegt ja ein Mannertrank Der hat den bestimmt verloren Er ist tot Oder auch nicht Danke Der Portet mich immer übelst geil raus Der 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 Können wir einer heilen? Bei Techies ist das so ein Noob Spätestens jetzt wird Titan da durchlofen Er bin die für die Due, dass sie stürmen Er ist tot Ja Jetzt ist der nocken dran Der ist ja schon stark Warum ist der so schnell Sturm? Hat der ihn automatisch aktiviert? Hey warum waren der von mir weg? Oder hat der geblinkt? Er hat sich geblinkt Er zerwirrt Das ist ein Lüge kann, Alter Ja Ja Scheiß auf weg, Alter Das Wort da oben Komm nicht hoch Was ist denn da? Ein Ward Oh Gott Das ist wichtig Unser Ding ist es tot Mercury? Öh Ich will mir gerade was kaufen Tsssss Grinding Gears Oh, hier war ne Bombe in der Mitte Ich würde dir die auch auf Hauptwegen macht jetzt so Das sind die selbst aktivieren Länge Ding Sync Kings Ding G-ding g-ding Und G-IT systems schrieben der noob fang ihr nicht an ohne euch zwar nicht einfach nur für welche bin ich ja nicht storm einfach mal technisch zerstört er botte vier schläge er stirbt er stirbt ulti er hat ein gem verloren jetzt bin ich der ultimative mann hier und du solltest dich zu medusa hocken ich hab das gem jetzt so was von mit auch einer bombe her wo ich sehe ach stimmt 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 das ist gut kriege ich das gem ne ne weil du mal das gem oh bad trip ja ja massive probleme das technisch ist alter technisch ist üblich easy ja technisch ist schnell tot nur durch dein apparat durch die ich bin nur apparat weil mich mal einer apparat instant genannt hat wo ich der war Apparat Apparat ja jeder weiß wer ihr meint ist ich habe Angst oder oder okay Mutter 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 stirbt also du nein nein die kann mich nicht sehen was hast du was hast du Irgendwie faul? Äh... Was hast du das? Keine Bomben! Ist aber vergegnerischer! Unten! Und? Dschungel lieber hier? Ja, ist der Wald noch grüner! Äh... Ich merke gerade, wie falsch die aushau ist! Oh, den gebe ich schnell der Bot! Habe ich sogar gemacht, aber hat nicht mehr erreicht! Da kann ich nichts machen! Ich werde instant vom Turm angegriffen! Übelst vernichtet! Und? Benga hat man! Oh! Okay, der auch muten! Der war mir eindeutig zu laut! Mhh... Soll ich nur bringen laufen! Dumm! Pfff! 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 Oh! Der kann ich auch nicht sehen! Äh, der war auch fast One-Hit von... äh... Red King! Ding, ding, ding! Boah, ding, 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 ding! Pff! 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 Der wäre fast gestorben, ne? Pff! Ich höre den gerade! Pff! 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 Nr. Es ist die Weggegeben, ich habe noch mehr gemacht. Die Füße fällt, bläht das alles. Oh, passiert. Bede 18, Mann. Jetzt kann alles explodieren. Irgendwo, hier gehört. Ich habe auch gehört. Komm, ich bin der Stirn. Ich bin der bei mir. Ah, Pink machen. Ich habe noch mehr gemacht. Nr. Ja, ich meine trotzdem. Kannst du nur 100-mal erwarten? Mach dein Ding bitte. Ich habe nichts mehr. Ich habe doch gesagt, ich habe keine Mana. Ich dachte, wenn du herkommst, hast du Mana. Ah, du hast die gemacht, das ist gut. Du hast gerade der ganzen Zepter. Scheiße, ich habe es eigentlich. Scheiße, ich bin der weg. Hoffentlich, der Baum mit Trusett immer. Oh. Nein, Luis. Es ist Luis. Take King Sauna. Luis. Wird das sein Wort nicht los? Der ist gleich tot. Oh, was? Oh. Was? Oh. Regeneration? Und? Damage. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Genau in der vorigen Minute. Er soviel. Das mal abwarten. Pas auf oben! Ja. Wann könnte ich jetzt machen. Aber wenn er noch nicht da hinter wäre. Ne, könnte ich nicht machen. Ne, könnte ich nie machen. Ha. Wie schlecht. Bottil bereits. Er hat sich zum Wolf gemacht, glaube ich. Nee. Komm, verwandel dich. Der war ja ein Chinesi. Äh, hat mir noch niemand dabei damage gebraucht. Ihr gewinnen mir, ich doch nur, ah! Aber der Match, äh, two side. Wir gewinnen übelst noch. Dominating. Man, nee, okay. Alter! Nur wegen dem two side, glaube ich. Ja, nur wegen dem game, glaube ich, gekriegt hab. Ja, geh nicht. Ich hab den Kurier genommen. Ich hab satt, dass mir immer alle meinen Kurier wegnehmen. Alter! Hat der Ding wenigstens bei. Kann ich nicht... Nee, der muss der Arsch sein, den Kurier zu dir ziehen, das Ding von ihm rausholen und zerstören. Geht nicht mehr. Gibt ein Update. Alter, das ist kacke. Er ging noch mit Vortig. Alles hier auch nicht machen. Ja, du weißt nicht. Gucken alle die Trolle da hin. Hm. Ich bin da nicht mein eigenes Tiermanns dran. Ja, ich pushe gerade. Du bist gut oben. Leider hat sich nur die Double Damage Rune aktiviert. Die könnte ich vielleicht noch gut ausnutzen. Ich bin nicht unbedingt zu dem Mitteltürm. Ich bin nicht unbedingt zu dem Mitteltürm. Warum hat er sich nicht genau da angeblinkt? Boah, der schlägt ganz schön. Er muss nur einmal seine Hand machen. Ich wusste es. Jetzt bin ich. Wow. Was für eine Windung. Nicht in den Mitteldingen gehen. Klar. Er macht trotzdem. Er ist tot. Also kann er nicht akkieren. Doch, kann er. Wie ist er? Er greift die an. Aber trotzdem kann er das. Ich war ja erschwungen. Erstmal ihn botet sie in drei Stück. Hey, du hast doch verkackt, als du er warst. Du warst tot und... Nein, dann habe ich es trotzdem gemacht. Ah, scheiße, ich wollte noch meinen Humpen machen. Hey, was passiert jetzt? Bitte gleich Butterfly habt ihr. Bitte kriegen wir einen Gegenstand. Das glaube ich nicht. Ja, aber cool. War echt gut. War gar gar. Oh, ich bin der Werb. Ich krieg so oder so einen Gegenstand. Ich frage den ganzen Scheiße. Oh. Oh. Oh, vom Engel. Ja. Oh, was ist das? Oh. Phantom Assassin. Ja. Details ansehen. Ah, kannst du dazu machen. Oh. Er kann sich auch alleine hinlegen. Ja, er kann sich alleine hinlegen. Für den Hund ist das Ausrüstung. Ohh, kann ich halt mal halten. Aber mach doch. Jaaaa. Alkohol, meine Mutter hoch. Zu viel, ich frage den Virus.